ja leute und willkommen zu einem neuen video und in einer neuen folge der spiele news und ja leute ich habe ja schon vorhin ein video gemacht über die nintendo switch das war die vierzehnte folge leute jetzt kommt die fünfzehnte spiele news folge und zwar zu outlast 2 ja online shop listed release termin für das horrorspiel ja im mai soll das spiel rauskommen leute outlast 2 und ja outlast 2 ist der nachfolger des 2014 erschienen horrorspiels outlast und ja auf der internetseite game war dort also game war punkt ist jetzt ein konkretes release termin aufgetaucht und ja der shop listet dort nämlich die outlast collection die aus teil 1 und teil 2 besteht für den vierten mai 2017 ja schreibt es euch in den kalender leute am vierten mai 2017 kommt die outlast collection mit outlast 1 und outlast 2 ja jetzt blende ich hier noch ein paar bilder ein aus outlast 2 und dann hören wir uns danach wieder und ja leute falls ihr den ersten teil gezockt gezockt habt von outlast ja freut euch auf outlast 2 und ja wer die demo zu dem spiel schon zocken konnte ja freut euch auf das vollständige spiel was dann im mai rauskommt und ja falls ihr outlast gezockt habt also den ersten teil schreibt mir mal in die kommentare ob sich das spiel lohnt oder nicht nicht ja leute falls euch die news zu outlast 2 gefallen hat würde ich mich über eine bewertung freuen genauso wie ein abo und dann würde ich sagen war es das mit dem video haut rein bis nächste woche montag zocker boy game over ciao